Was geht ab, mein lieben Freunde? Hi, Eini und herzlich willkommen zum nächsten WWE 2K50 Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, das Spiel ist einfach so angesagt für euch. Die letzte Folge hatte wieder mal über 6.000 Likes, über 40.000 Klicks. Also ich bin einfach nur überwältigt davon, wie krass das bei euch ankommt. Einfach nur mega geil. Dankeschön für diesen großartigen Support. Und ja, Freunde, heute geht's endlich los mit unserer Karriere als Wrestler. Ihr habt euch entschieden, dass wir uns einen eigenen erstellen, der so ungefähr aussieht wie wir. Ich hab mein Bestes gegeben, aber leider kann man ja nicht so viel mit dem Gesicht und alles machen. Deshalb ist das hierbei rumgekommen. Hier können wir uns mal direkt angucken. Das hier ist unsere Kampfkleidung. Der sieht ähnlich aus wie der Rapper Majo. Kennt ihr den? Haben wir hier schön noch auf Rille in der Brust. Hier ein paar Narben und so. Der kommt aus dem Ghetto. Gerade aus dem Ghetto ausgebrochen. Hat er noch einige Narben mit sich getragen. Hier auf der Hose hat er hier Rille quer stehen. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hier auf dem Kopf habe ich auch noch was tätowiert. Hier, the best in the world. Passt eigentlich alles, so würde ich sagen. Und hier die Einzugskleidung. Ich finde, die ist mega gelungen. Guckt euch das mal an. Der sieht ohne Spaß so aus wie Michael Schofield von Prison Break in Mischung mit John Cena, oder? Was sagt ihr? Kennt doch Michael Schofield von Prison Break und John Cena. Der sieht ähnlich so aus, wenn er die Brille anhat. Aber das ist derselbe Typ. Ohne Brille sieht er natürlich nicht so aus, aber mit Brille und Käppi sieht er wirklich so 1 zu 1 aus. Richtig krass. Und ja, Freunde. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit unserer Karriere. Wir haben jetzt hier alles erstellt. Das hat mega lange gedauert wegen den scheiß Wartezeiten hier. So, speichern. Und jetzt geht Sirek los mit unserer Karriere. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich habe hier bei Gewichtsklasse Super Heavy Rate genommen. Super Light Heavy Rate. Das ist, glaube ich, das zweite von unten. Da gibt es vier Stück insgesamt. Mal gucken, ob es hier auch so Szenen geben wird. Also ich bin jetzt gespannt. Warf es auf und zu. Kommt mit, Freunde. Ja, die Abstimmung, wo ihr dann entscheiden könnt, welche Spiele ihr am meisten auf dem Kanal feiert, kommt jetzt hier, denke ich, am Wochenende. Also werde ich noch mal im nächsten Video, denke ich, ankündigen. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder, wenn es los geht. Bis gleich. Da geht es schon los, Freunde. Was ist denn hier? Alter, wo sind wir denn hier? Willkommen zu den NXT-Tryouts. Mein Name ist Bill DeMott und ich bin der Head Trainer von NXT. Wie ihr auf der Applikation habt, haben wir nur ein Tag von Open-Tryouts dieses Jahr. Das ist eure einzige Chance. Wir werden uns jetzt ein W.W.E.-Kontrakt gewinnen. Wir werden uns heute ein W.W.E.-Kontrakt gewinnen, based auf eurem Performance. Also, ihr besser macht mich zu erkennen. Jeder hier in diesem Tryout hat einen gewissen Level von Training oder Erfahrung. Aber wir haben uns nicht über deine Resüme hier. Wir haben uns nur, was du uns gezeigt hast, wenn die Pressure ist, und bei diesem Moment. So, mit dem Worten, ich werde dich aufbauen. Und du sagst mir, was du hast in diesem Ring. Und wir beginnen mit dir und dir. Ach du Kacke, Alter. Zum Glück nicht dieses Tier, Alter. Guck mal, da hinten sind so zwei Tiere. Fuck, Alter, jetzt muss ich direkt kämpfen, oder was? Ja, wir haben unseren Charakter El Rille genannt, wie ihr es auf Facebook wolltet. Ihr habt ja abgestimmt, Freunde. Also unser Charakter heißt El Rille, Alter. Was geht? Unten links können wir es auch zum Leben kommen. Los geht's, unser erster Kampf hier. Bam. Scheiße. Komm, den schnapp ich mir. Oh, fuck. Fuck. Alter Schwede. Alter, das sind ja gar keine Fans und so. Das ist ja voll ruhig, Mann. Ich muss da, glaube ich, Musik im Hintergrund einfügen. Fuck, der gibt uns gerade richtig, Freunde. Kacke, wir dürfen nicht verlieren. Kacke, was ist das denn? Na, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, Mann. Das ist ein bisschen komisch. So, jetzt wurde dich aus der Cola und Elbo befreit. Das kann es beim Kettenwrestling hin und her gehen. Bewege er es, um den richtigen Punkt zu finden. Wenn du ihn gefunden hast, wechsel die blaue Farbe zu rot. Halte es am richtigen Punkt und die Anzeige zu füllen. Du musst deine Anzeige füllen, bevor der Gegner sie füllen kann. Und die Kontrolle... Was ist los hier? Okay, ich versuch's einfach mal. Wir gucken einfach mal. So. Warm. Ah, ich glaube, der hat gewonnen. Kacke. Wir nehmen uns ja gerade richtig auseinander, der Pisser, Mann. Scheiße, der ist voll gut. Ich habe, glaube ich, auf Legende eingestellt. Guck mal, wie der Typ heißt. Oh, fuck, was muss ich machen? Ganz schnell drücken. Der heißt Baron Blade oder so, heißt der Typ. Ey, Junge, was ist los mit dem, du scheiß Baron? Fuck, fuck. Ey, wir konnten noch kein einziges Mal kontern. Jetzt reißt er was. Alter, wir konnten den noch gar nicht treffen. Der ist mega stark, der Pisser. Shit, jetzt haben wir gekontert, Freunde. Bam. Und jetzt kommt hier unser El Rille. Alter, der kontert einfach alles. Scheiße. Freunde, wir kriegen hier mächtig auf den Sack. Oha. Was ist denn jetzt los? Oha. Was ist denn jetzt los? Oha. Haben wir kassiert, oder was? Oha, es geht ab mit unserem El Rille. Der gibt dem, Alter. Komm. Bam, Junge. Oh, shit. Junge, was ein Kampf, Alter. Ich guck grad einfach nur zu. Ich kann nix drücken. Fuck, Alter. Nein. Aber ich hab unseren extra nicht so breit gemacht. Der sollte ja ähnlich aussehen wie ich. Leider gab's da nicht so die entsprechenden Frisuren. Deshalb hab ich einfach mal die ausgewählt. So ein bisschen Ghetto-Azlack-Style, Alter. Shit, ey. Voll viele meinten, ich soll den Gillette-Up-Wie nennen. Aber ja, bei El Rille waren mehr Daumen nach oben. Oha. Haben wir gewonnen? Hey, break it up! Das ist ein Spasti, Alter. Ich sagte, break it up! Cut it out! Both of you! Get out of the ring and cool off! Now! Hey, was will der Pisser, Alter? Ich geb dir gar nicht eine, du Schwanzlutscher. Und woher, Alter? Macht er richtig Stress mit seinem blonden Haar? Denkst du auch, du bist Super Saiyajin mit kurzen Haaren? Zur Seite mit dir, du Lappen! Was denkt er, wer der ist? Alter. Zwei Tage später, Freunde. Jetzt in der umkleide Kabine boxen. Schau, ich weiß, dass die Dinge ein bisschen verrückt sind. Aber ich möchte euch wissen, dass ihr sehr beeindruckt habt. So sehr beeindruckt, dass die WWE entschieden hat, dir ein Kontrakt zu geben. Sign this and you'll be starting your career on NXT. Hauptsache, Freunde. Ich hab richtig verkackt. Und die meinen, ey, du hast sehr gut aus, die hast sehr gut gekämpft. Korrekt, die Typen, Alter. Die konnten den anderen wahrscheinlich nicht abstehen. So, Einstellungsdatum 1.4.2015. Stellbeschreibung WWE Superstar Bezahlung. Ja, 1052 passt schon. Unterschreiben wir. So. Jetzt sind wir Mitglied der WWE, Freunde. Jetzt ist unsere Aufgabe, uns von unten nach oben hochzuarbeiten und dann den World Wrestling Entertainment, den Titel und alles zu abzuholen. William Regal, herzlichen Glückwunsch zu deinem WWE-Vertrag. El Rille. Aber das war der einfache Teil. Du musst ein paar Matches im Performance-Center bestreiten. Okay. Sobald Bill Dammit dich für bereit erklärt, bekommst du deine Chance im NXT-Roaster und kannst beweisen, was du drauf hast. Gewinne deine Matches, sammle TP und steigere deine Eigenschaften. Dann bist du im Handumdrehen im Haupt-Roaster. Okay. Ja, wenn ich das mal so... Hört sich zwar richtig einfach an, Freunde, aber das wird bestimmt mega schwer werden. Boah, stell dir vor, ich kämpfe gegen John Cena oder so. Bill Dammit. Das Wichtigste ist, kräftig zu werden. Dazu solltest du am besten deine Eigenschaften verbessern. Zuerst erfährst du, wie du eine Eigenschaften verbesserst. Wähle dazu bitte Eigenschaften. Okay. Jetzt können wir hier einfach alles aussuchen. Talente, Fähigkeiten, kaufen. Machen wir Eigenschaften. So, Eigenschaften machen deinen Superstar stärker. Bewege GLS nach rechts um deine Eigenschaften um eins zu verbessern. Je mehr TP-Punkte du hast, je mehr kannst deine Eigenschaften. Wähle danach verbessern. Okay. Alles klar. Wir haben 2000 TP-Punkte. Wir können, ah, wir können hier voll viel machen. Was ist denn das Wichtigste, Freunde? Also ich würde sagen, Armkraft ist wichtig, Körperzähigkeit, Armzähigkeit, Bewegungstempo ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Boah, wir können da richtig viele machen. Angriffstempo, Grifftrempo, das ist wichtig. Beine sind nicht so wichtig, finde ich. Trainier Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. So, Körperzähigkeit, ein bisschen höher. Beinkraft, Macher minimal hoch. Armkraft ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das Wichtigste ist natürlich auch das Tempo, wie schnell wir laufen und alles. Angriffstempo. So, sozusagen. So passt das. Perfekt, Freunde. Perfekt. Du hast deine ersten Eigenschaften verbessert. Je mehr Matches du gewinnst, desto mehr TP-Punkte sammelst du. In den weiteren Matches werden wir dir zeigen, wie man im Match am besten TP verdient. Du hast deinen Superstar verbessert und gelangst nun zu deinem nächsten Match, in dem du nächstes Event auswählst. Alles klar. So, jetzt können wir hier auswählen. Oh, was ist das denn, Alter? Moment, März, vierte Woche, Zeitachse. Okay, das ist stimmlich. Vierte Woche, da waren wir ja schon. Da waren wir schon. Müssen wir auf nächstes Event klicken. Zack. So, jetzt kommt unser nächstes Event, Freunde, Alter. Also bisher fängt es eigentlich geil an. Wir haben uns hier bewiesen, dass wir was drauf haben. TP verdient du am einfachsten, in dem du Matches gewinnst. Kannst du dich auch stellen? Okay. Pin ihn oder submit ihn für den Gewinn. Alles klar. Oh, ist das Ray Mysterio? Was ist das denn, Alter? LN Hall, El Hondero, du Pisser. Komm her. Oh, shit, Alter. Wir kacken gerade wieder richtig ab. Ey, Freunde, unser Typ, der kann doch gar nichts. Ich schwöre es euch. Der kann nichtmals den richtigen Schlag machen, ey. Egal. So fängt es klein an, Freunde. Wir kriegen nicht mal auch nicht auf die Fresse. Komm. Bereit. So, das check ich jetzt noch nicht so ganz. Warte mal. Das ist voll schwierig mit diesem. Oh, mein Gott. Egal. Ich mach den Platz, Freunde. Ich mach den Platz. Komm, jetzt kommt unsere Zeit. So, hauen auf die Fresse. Jetzt nehmen wir den hier. Boah, fuck. Unser ist noch richtig langsam und alles. Der muss jetzt mal richtig gut werden. Boah, einen die Fresse, Alter, Junge. Unser hier. El Rille geht richtig ab. Boah, der ist richtig schnell, Alter. Schnell und flink. Fuck, schnell. Beeil dich, beheil dich. Komm, Öli. Schlag ihn jetzt. Nein, der hat mich getroffen. Fuck. Junge, Junge. Das ist so ein Mäschiger an Ray Mysterio, der Gegner. Fuck, Alter. Aber Unser sieht wirklich aus wie so ein ganz junger Marjo in seinen jungen Zeiten, wo er noch nicht so breit war. Wo er noch nicht breiter als der Türsteher war. Ey, der geht mir auf den Sack. Jetzt konter ich mal, ey. Das Konter müssen wir alles mal üben. Zack. Ey, der kontert auch mega gut. Ich hab, wie gesagt, auf legendär eingestellt, weil ich dachte, auf schwer oder normal wäre es zu einfach, aber legendär ist doch ein bisschen zu schwer. Fuck, der wird uns auseinandernehmen. Wir müssen den gleich auf jeden Fall hier kontern. Shit. Shit. Oh, yo. Kontern, ja. Und jetzt komm in deine Fresse. War am, Junge. Komm, jetzt machen wir mal eine Attacke auf den. Komm, ihr habt. Guck mal jetzt, Freunde. Jetzt geht's los. Gibt's einen Suplex, Alter. Booyachaka. Bam, Junge. So, und jetzt können wir schön wieder auf den Ring hochgehen. Komm, der Pisser, Alter. Was denkt der, wer der ist? Scheiße, Alter. Komm, jetzt hier. Jetzt kriegt er nochmal eine Attacke, schön. Ey, Unser kann, glaube ich, erstmal nur den Suplex hier. Aber egal, der reicht erstmal. Komm, jetzt machen wir den Platz, Freunde. Komm, komm. Ey, wie schnell der wieder aufsteht, ne, der Pisser. Egal, der kriegt jetzt hier auf... Oh, yo. Scheiße. Nein, nein, nein. Oh, yo. Jetzt hier. Bam. Wer von den rückwärts. Aber unser erinnert mich ein bisschen auch an John Cena wegen der Hose. Die Schuhe habe ich natürlich selbst designt mit dem R drauf. Das R für Rille. Auch an unserem Handgelenk sehen wir das. Und jetzt hier. Bam, Junge. Komm, Freunde. Den machen wir platt, Alter. Den machen wir gleich platt. Junge, das macht mega viel Spaß, Alter. Richtig geile Karriere. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so viel Bock macht. Und ja, Freunde. Wie gesagt, wir müssen ja nicht nur immer Karriere zocken. Wir können auch mal ab und zu, wie gesagt, Royal Rumble machen. Oder ich zocke mal ein paar Online-Matches. Wie gesagt, könnt ihr alles entscheiden? Ey, shit, unser ist richtig schon normal, ey. Boah, fuck, Alter. Der nimmt uns auseinander. Ich hoffe, wir verlieren nicht. Ja, wir machen den schon platt. Wir machen den platt von hier. Go. Oh, shit, Alter. Das ist so ein voller Möchtiger in Ray Mysterio. Versucht ihn gleich auf jeden Fall zu pinnen. Shit, Alter. Komm her, Alter. Jetzt. Fuck, der hat gekontert, Mann. Freunde, ihr müsst auf jeden Fall beim nächsten Mal die Schwierigkeit auf schwer machen. Nicht auf legendär. Das ist echt übertrieben schwer. Fuck, Alter. Einen zu früh gekickt. Ey, wisst ihr, wie langsam unser Tritt? Der tritt mega langsam. So, wir versuchen jetzt mal zu pinnen. One. Guck jetzt. One. Ach, du Scheiße, Alter. Okay. Der ist echt verdammt gut, Freunde. Kacke, kacke, kacke. Wir müssen noch platt machen. Bam, in deine Fresse. Komm, sollen wir noch mal versuchen zu pinnen? Ja, dann müssen wir noch ein bisschen, hier, ein bisschen mehr platt machen. Rettetum. Bam, Junge. Aber wir dürfen nicht am Ring machen, sonst gibt es Rope Break. Aber ich versuche es einfach mal. Vielleicht klappt es ja. One. Alter, wie schnell der kontert, Mann. Das ist nicht einfach gegen den. Der ist echt verdammt gut, Freunde. Shit, verpiss dich, verpiss dich. Ui, ui, ui. Tritt dir dem Schiri in die Eier auf, Rille? Bam, kriegst einer auf deine Fresse hier. Komm, jetzt geh mal den Ring hier hoch. Komm, Digga, zieh durch. Der schafft das nicht mal. Ey, der ist so im Arsch, Freunde. Aber ist normal. Das ist ja so, als ob ich jetzt Fußball anfange an der Kreisklasse. Man kann ja nicht sofort in der Champions League spielen. Du musst dich erst mal hocharbeiten. So. Boah, voll geil, Freunde. Ich feiere das richtig, diesen Karriere-Modus, Alter. Wir geben alles hier. Wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen in die WWE. Wir wollen ein Profi-Wrestler werden. Was werden wir schaffen? Boah, stell dir vor, wir kämpfen später gegen John Cena oder so. Oder gegen Rey Mysterio. Das wäre echt mega geil. Oder was weiß ich. Gegen Randy Orton. Bam, hab ich gekontert, Alter. Du Pisser. Komm her. Jetzt können wir den kontern. Jetzt können wir den pinnen. Guck jetzt. One. Ah, aber immerhin schon one. Lies mal nicht two. Boah, das sollen wir auf Legend der lassen, Freunde. Schreibt es mal in die Kommentare. Weil so ist es spannender, ob ich gewinne oder verliere. Weil bei Schwer denke ich, würde ich öfter gewinnen. Aber so ist es ja mehr oder weniger ausgeglichen. Ich versuche schon mein Bestes. Aber. Ja, wie gesagt. Oh, fuck. Der kontert wieder. So kontern die wenigstens auch mal. Und nicht immer nur ich. Shit. Zu früh gedrückt. Nein, Alter. Oh, yo. Macht der Reyman. Oha. Ja, ja. Kontern weiß ich schon, wie das geht. Also, pinnen. Da muss man einfach gedrückt halten. Shit, Alter. Die gehen ja. Der geht mega ab, der Typ. Fuck. Der nimmt uns auseinander, Freunde. Ey, schreibt ihr mal jetzt in die Kommentare, was meint ihr. Ob wir gewinnen oder ob wir verlieren. Ich sage irgendwie, wir verlieren, Alter. Ich weiß aber nicht, warum. Shit, Alter. Der Gegner hat trotzdem weniger Leben als wir. Müssen wir jetzt mal aufstehen. Komm, Konter. Nein, ich drücke immer zu früh. Komm her, Alter. Hier. Und jetzt. Signature. Wir konnten Signature machen, Freunde. Habt ihr das gesehen? Komm, jetzt gibt es Signature von uns. Wir pinnen den. Wir pinnen den. Guck jetzt. Bitte. One. Two. Nein. Scheiße. Steh auf, du Lappen, Alter. Komm her. Gibt es jetzt mal schön Signature von mir. Ey, mach den doch. Mann, der macht den nicht immer. Das ist die Scheiße. Ich kann den nur ab und zu mal machen. Bam. Fuck, haben wir gekontert. Perfekt. Und jetzt kriegen wir mal. Oh, Junge. Ist das geil, ey. Ich liebe unseren Charakter. Wir müssten ihm ein Signature geben oder einen Finisher, Freunde. Dann ist der am Arsch, Freunde. Glaubt mir. Glaubt mir, Alter. Jetzt. Von hinten. Guck mal jetzt. Kriegt er es mal. Yeah. Bam, Junge. Fliegt er auch mal auf den Boden. So, jetzt ist das schon sein Körper gelb. Jetzt pin, Freunde. Komm, pin. Pin. Komm. One. Komm. Dieser Pisser, Alter. Ich will ein Signature bei dem machen. Warum kann ich das nicht machen? Unten leuchtet doch schon ein Signature. Scheiße. Fuck. Komm. Ich kriege da in seine Scheißfresse, Alter. Aber, Freunde, das macht mega viel Spaß. Aber ist ja kacke. Man trainiert hier gerade noch ein bisschen. So, die Zuschauer sind nicht da. Die Stimmung ist noch nicht so da. So richtig. Weil die Zuschauer stimmen. Die sind mega geil, wenn die da am Abgehen sind. Und so. Ihr wisst ja, was ich meine. Bam, Junge. Jetzt in seine Fresse. Und jetzt, Digga. Jetzt werden wir den pinnen, Freunde. Komm. Komm. One. Two. Immerhin schon two. Gleich gibt's three. Alter, Freunde. Ich bin so mittendrin dabei. Ich liebe dieses Spiel. Es macht einfach so einen Spaß. Oha. Ein Gleichzieher, Digga. Tritt. Komm. Ich will dem ein Signature geben. Hörpiss dich, Alter. Du Lappen. Komm her. Oh, shit. Für jetzt. Ah. Jetzt. Gleich gibt's ein Signature. Ah, wir haben einen Finisher, Freunde. Wir haben einen Finisher. Komm. Jetzt machen wir einen geladenen Finisher. Ich hoffe, das geht. Fuck. Komm. Ich will dem ein Finisher geben. Ne, ne, ne. Es gibt noch keinen Pin, Freunde. Der muss man gleich. Vielleicht haben wir noch gar keinen Finisher. Ich weiß es ja nicht. Jetzt werfen wir ihn erstmal in die Ecke. Und jetzt, guck mal, jetzt hier. Bam, Junge. Jetzt haben wir den gegeben. Komm. Und jetzt, Freunde. Pin. Pin. Komm. Komm. Bitte. Komm. Der ist echt gut, Alter. Der möchte gern Ray Mysterio. Der denkt auch so, der kann in Ray Mysterios Fußstapfen treten. Ray Mysterio hat er aufgehört, glaube ich. Also sein Vertrag löst sich dieses Jahr auf. Und. Aber ich finde es korrekt, dass der trotzdem noch im Spiel ist. Warum können wir keinen Finisher machen? Das fackt mich mega ab. Wir müssen mal ein bisschen. Aber wir konnten mal gerade Finisher machen. Habt ihr es gesehen? Komm. Komm bitte jetzt. Nein. Ich hätte geladener Finisher gerade machen können. Ich Idiot. Egal. Ich hau den nochmal auf den Boden in den Sack. So. Wir konnten gerade auch Finisher machen. Oh, fuck. Der hat gekontert, Mann. Scheiße. Jetzt Finisher. Jetzt gibt es Finisher, Freunde. Jetzt. Jetzt. Geladener Finisher. Komm. Komm. Ey, komm. Warum steht das denn nicht da? Hallo. Komm, Digga. Nein. Ich will ihn noch nicht. Ich will ihn noch nicht. Ich spiele noch erstmal ein bisschen mit ihm. Er wird es schon noch sehen, Alter. Mit wem er sich hier angelegt hat. Du Ray Mysterio, Alter. Denkst du auch so einen auf Ray Mysterio, ne? Komm her. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nein, nein. Oh, wow, wow. Jetzt macht er wieder eine richtig geile Attacke bei uns. Fuck. Nein, Mann. Kacke. Jetzt kontern. Perfekt, perfekt. Und jetzt. Wo ist der Finisher? Finisher. Ey. Warum kann ich den nicht anwenden? Ich check das manchmal. Echt nicht, Freunde. Manchmal steht da Finisher anwenden, manchmal nicht. Guck jetzt. Bam, Junge. In deine Fresse, Alter. Und jetzt. Komm. Wir laden mal ein bisschen unser Leben hier auf. Beziehungsweise unsere Jubel. Laden wir mal ein bisschen. Und dann gibt es gleich einen Finisher, Freunde. Gleich gibt es Finisher. Oh, shit, Alter. Oh, yo, yo. Aber der hat da so richtig die Move-Drops wie Ray Mysterio, finde ich. Also, der macht die richtig gut. Fuck, unser Finisher ist weg. Kacke, Alter. Oh, fuck. Der will uns jetzt gleich pinnen. Aber der wird das nicht schaffen, Freunde. Der wird das nicht schaffen. Wir werden den platt machen. Kacke, Alter. Jetzt. Kontern. Ey, Mann. Ich drücke immer zu früh, Alter. Die Scheiße. Kacke, Mann. Jetzt musst du auch richtig erst rein. Komm, ja, perfekt. Ich hab den Konter, glaub ich. Ja, sauber. Bam, Junge. Komm, jetzt ein Signature. Hebe ihn auf. Komm, wir pinnen den einfach mal. Komm. One. Two. Ey. Der fuckt mich mega ab. Der braucht einen Finisher von uns, Freunde. Wir müssen den platt machen. Komm, ich bin doch nicht der Beste in dem Spiel. Das wisst ihr ja auch. Also, ich kann ja nicht direkt von Anfang an hier richtig gut sein. Ey, der fuckt mich mega ab, der Pisser, Alter. Scheiße. Ah, Junge, jetzt hab ich den nochmal gegeben. Komm. Nein, 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 nein. Jubeln ein bisschen, Freunde. Damit ich das da unten auflädt. Damit wir gleich mal eine schöne Attacke machen können. Hier, wir können nur diesen einen Jubel hier irgendwie. Scheiße. Immer nur die Hand nach oben. Und dann lachen. Wie das aussieht. Richtig geil. Ja, Signature. Signature, Freunde. Jetzt kommt unser Signature. Boah, Junge. Arschbombe auf die Fresse. Und jetzt der Pin hinterher. Jetzt der Pin. Komm, Digga. Komm, jetzt gewinnen wir. Komm. Ey, Rope Break, Alter. Scheiße, ich war am Seil gewesen. Kacke. Egal. Oh, wir haben noch Finisher, Freunde. Wir haben Finisher. Warte. Vielleicht kriegt ihr einen Finisher von uns. Wir schmeißen ihn jetzt erstmal hin auf den Boden. Bam, Junge. In deiner Fresse. Jetzt ist dein Gesicht schon mal rot. Komm. Vielleicht kommen wir hier. Komm, wir pinnen jetzt schon mal. Vielleicht klappt das ja. Komm. One. Two. Nein, Alter. Ey, das ist eine Spannung, Freunde. Ich sag's euch. Aber wir haben gute Karten. Ich sag, wir machen das Ding. Wir räumen das auf. Wir werden es gewinnen. Wir packen das. Komm, Freunde. Komm. Wir müssen den platt machen, Alter. Aber der ist echt hartnäckig, Mann. Gegen den ist es nicht so einfach. Machen wir erstmal noch seine Hände platt. Jetzt nochmal pinnen. Komm. Bitte. Bitte. Komm. Wie gut der einfach ist, ne? Der kann mal einen Kampf eine halbe Stunde dauern, Freunde. Guck mal. Da denke ich, oh, was macht der da? Umtritt in die Luft. Egal. Jetzt kriegst du von mir. Der gleichzeitige Kick ist immer am besten, Alter. Ey. Ne, fuck nicht mehr. Es gibt jetzt mal einen Suplex. Boom. Wir haben noch einen Finisher, Alter. Guck mal, unser ist schon richtig am Arsch, Mann. Richtig am Arsch. Ich will den Finisher machen. Ich will den Finisher machen. Steh auf, Digga. Alter, warum steht unser nicht auf? Der macht da Breakdance am Boden. Kacke, Alter. Komm, Freunde. Finisher. Finisher. Ey, der kann nur pinnen, aber hier am Seil ist das scheiße. Komm, Freunde. Alter. Oh, fuck. Hat er gekocht? Oh, ich dachte, dass ich mir das gekontert habe. Jetzt ist dein Körper auch rot, Freunde. Und jetzt pinnen wir den. Jetzt pinnen wir den. Jetzt gewinnen wir. Jetzt. Ey. Was ein Spasti, Alter. Der fuckt mich mega ab, Mann. Ohne Witz. Komm her. Spasti, ey. Denk doch auch so. Was denkt der, wer der ist? Wir haben hier einen Finisher, aber wir können den nicht anwenden. Das ist ein richtiger Abfuck. Mein Gott, Alter. Guck mal, und sie sind immer am Lachen und die Finger nach oben, die Fäusten auf. Guck mal. Guck mal, er ist wieder ein ernster Blick und jetzt Hände hoch. Are you even listening to me? Haha. Richtiger Gauner, Alter. Wir haben wieder ein Signature. So, dann kriegt der Gegner gleich mal direkt. Aber wo ist unser Finisher? Das würde ich mal gerne wissen. Alter, Mann. Du Spasti, ey. Der steht direkt wieder auf, Mann. Der steht direkt wieder auf. Ey, wir konnten gerade Signature machen. Der hat wieder seine Scheiß-Attacke da gemacht. Warum ist der denn so gut, Alter? Der kann doch nicht zu lange werden, Freunde. Oh, fuck. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Das darf echt nicht zu lang werden. Sonst kommt es heute zu spät online. Ich versuche mein Bestes jetzt im Platz zu machen. Der hat auch ein Signature, der Spasti, Alter. Aber jetzt gibt es von mir erstmal ein Signature. Guck jetzt. Signature von uns. Bam, Alter. So. Komm, jetzt pinnen, Alter. Aber nicht am Seil. Bitte nicht Rope-Break. Komm, Freunde. Komm. Fick ich seinen Dreck. Rope-Break, Alter. Komm her. Wir haben einen Finish. Und wir können den nicht anwenden, Mann. Da leuchtet doch F1. Seht ihr das unten rechts? Was eine abgefuckte Scheiße, ey. Oh, fuck der Typ mich ab. Wir machen auf jeden Fall beim nächsten Mal, denke ich, die Schwierigkeit runter. Oder... Ja, schreibt es ihr, wie sie gesagt, in die Kommentare rein, Freunde. Damit ich Bescheid weiß. Jetzt kriegt er erstmal hier. Bam. Warum immer am Seil, du Idiot? Komm, jetzt gib dem mal einen Pin, Alter. Komm, komm, komm. Ey, immer beim... Ey, immer von zwei auf drei. Wer darf, Mann? Das kann doch nicht sein. Der ist so gut, Freunde. Also, der hat's wenigstens... Der hat's richtig drauf, der Typ. Arm, Alter. Komm. Wir müssen gewinnen, Alter. Wir müssen gewinnen. Ich richte ihn jetzt richtig übel zu, Alter. Ich richte ihn jetzt so heftig zu, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Ich richte ihn jetzt so anal penetrieren. Komm, jetzt hier nochmal einen schönen Suplex. Bam, Alter. Junge, der hat doch kaum noch Leben, der Typ. Wir haben auch noch kaum noch Leben. Komm, Digga. Aufstehen, 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 aufstehen. Ah, jetzt wieder pinnen oder kommt Rope Break oder... Ne, kann eigentlich nicht kommen. Komm. Aber jetzt war's knapp, okay. Man merkt, der geht immer mehr K.O., Freunde. Gleich haben wir's geschafft. Gleich haben wir's geschafft, Mann. Komm, Ernie. Du machst das denn. Oh, wir konnten Finisher grad machen. Nein, wir konnten grad Finisher machen. Ich verstehe echt nicht, warum das manchmal da steht und manchmal nicht. Das müsste mir mal jemand erklären, ey. Da stand ja auch nicht mal 10 in den Kommentaren. Jetzt haben wir wieder ein scheiß Signature, Alter. Unser Finisher ist weg. Was soll das denn? Egal, jetzt machen wir nochmal einen Pin, Alter. Komm. Komm, Freunde. Komm, was sagt ihr? Wir machen das. One. Two. Nein. Oh mein Gott, wie knapp das war. Ich hab gedacht, jetzt kommt die Free, Alter. Scheiße, der Pisser, ey. Der Schwanzlutscher. Komm, es gibt noch ein Sign... Ey, jetzt konnten wir wieder kein Signature machen, Alter. Was denn? Scheiße. Kacke, jetzt nimmt der uns auseinander. Scheiße. Oha. Ich hab gedacht, der pinnt uns direkt. Kacke, Alter. Kacke, Kacke, Kacke. Komm, das machst du, Junge. Du machst das. Dann werden wir auf Schwert, man schon längst gewonnen. Oha. Boah, Junge. Ich wurde grad selber fast. Oh mein Gott. Ich hab bei Nummer 3 abgewehrt. Scheiße, Alter. Jetzt geht der wieder richtig ab, der Typ, Mann. Was denn Spaß, die? Verpiss dich. Oh nein. Road Break. Boah, Junge. Wie knapp, Alter. Ey, ihr dürftet ein bisschen aufpassen, Freunde. Das ist mega spannend hier. Kacke, Kacke. Bam, Junge. Erstmal in seine scheiß Fresse. Komm, vielleicht gibt's jetzt einen Pin. Komm, bitte, 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 bitte. Komm, bitte. Ey, Freunde. Das hört nie auf, ey. Das hört nie auf. Pick it up. Alter, wie viele haben wir denn schon? Boah, wir sind schon richtig spät, Freunde. Ich würd sagen, ey, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich den Kampf hier gewonnen oder verloren habe, weil sonst kommt das Let's Play-Off zu spät online. Es kommt schon spät online, aber es wird auch nicht allzu spät kommen. Dann würd ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder beim Ende. Bis gleich. Nein, wir haben verloren, Freunde. Wir haben aufgegeben. Scheiße, der hat uns auseinandergenommen durch Submission, ey. Ey, Freunde, da war sowas von gut, Alter. Das war doch echt mega knapp gewesen. Ich hab gedacht, ich gewinne den Kampf, aber der Piss hat einfach gewonnen, ey. Kacke, Alter. War aber ein mega guter Kampf, Freunde, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann würd ich sagen, war's das an dieser Stelle auch hier vom ersten beziehungsweise dritten WWE 2K15 Let's Play. Hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Der Einstieg in den Karriere-Modus. Wir müssen uns das beim nächsten Mal alles nochmal hier in Ruhe durchlesen. Dann wissen wir auch, wie das hier abläuft, Freunde. Dann würd ich sagen, Freunde, das war's dann jetzt auch. Ich will mich wieder über 4000 Likes, Freunde. Und da schaffen wir vielleicht wieder die 6000. Das wär echt mega krass. Euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.